Musik Ja, war wichtig nach der Verletzung im Kreuzbandriss, war sehr wichtig und wir haben gut gearbeitet. Wir haben Eingangstests gehabt und Ausgangstests und man sieht, dass sich von der Beinkraft her der linke Fuß sehr gut verbessert hat und das war mein Ziel, beruhigt mich selber auch für den Kopf und war gut und ist alles stabil bis jetzt, jetzt hoffen wir, dass es so weiter bleibt und dann geht das wieder alles. Musik Ja, man muss sagen, es hat sich verändert im Vergleich zu den letzten Jahren, es war heuer, wir haben zweimal mit der Mannschaft trainiert, einmal Taibo in Edlingen draußen bei Mohamed und einmal Donnerstag zusammen und sonst eigentlich immer selber, wir haben so eine kleine Trainingsgruppe gehabt mit Mairan, Resmax, Daxl und Steinhauer, Luki und haben im Stadion selber was gemacht, das war eigentlich ganz gut. Er wollte halt sehen, ob wir selber uns weiterentwickeln in der Hinsicht, wir sind alle alt nur und erfahren nur mittlerweile und als Sportler muss man so etwas machen und es war ganz gut. Musik Ja, persönlich, persönliches Ziel ist schon mal mehr Spiele als letzte Saison zu machen auf alle Fälle und ja, so gut zu spielen und der Mannschaft zu helfen und dass wir am Ende zur Hauptrunde unter den ersten sechs stehen und dann Playoffs und Playoffs ist sowieso immer alles möglich und dann würde ich eigentlich schon gerne länger spielen wie letzte auf alle Fälle. Musik Musik Musik